Musik Ich freu dich, hallo, das ist der Kaffeele. Ich glaube, der ist sogar rausgefahren. Das sieht ein bisschen aus wie Spekulatius, wie Kaffeele. Das ist ein Puzkel. Das ist etwa vom Pastro Mesi. Hallo. Das ist ein Puzkel, das ist? Nein. Das ist ein Pästchen? Ist das Pusten-Pästchen? Das ist ein Pfußig. Oh, so schlampft du bist. Das kann man sogar anzukaufen. Ich habe schon so ein geiles Verhaltes. Aber ich habe schon so ein geiles Verhaltes. Aber ich habe schon so ein geiles Verhaltes. Hier, da habe ich die Pflanze gekauft, die jetzt ganz rechts steht. Okay. Hier gibt es eine Vorstellung. Oh, ich bin Anna. Oh, ich bin Anna. Ich bin Anna. Ich bin Anna, die Nachbar im Trashy. Die Branche ist wirklich so groß. Die Branche ist so großartig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Übrigens, Karten sollte man dort möglichst per Anruf ohne Storchenexperte Michael Kahrs von der Vogelschutzwarte Nohburg bei uns hier in Sachsen-Anhalt in den Nestern. Das ist die Frage für das редstattlich als kleinere Storchenexperte Michael Kahrs, da die ich noch an contagioniert habe. Untertitelung von Vince Hacks. In der Wache, diese Einheit hat man sich, die es eher an zu der Gehördung in den Danischen. Das ist halt der Ölse. 1,5 m dressen 2,5 mm B Und schnack 3,5 mm 4,5 mm 1,5 mm 2,5 mm Alton 2. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 80. 80. Sollte die Spur und die Spur und die Spur. Sollte die Spur und die Spur. Sollte die Spur und die Spur in der Seite. Sollte die Schrauben und die Kräfte von einem Milchkuchen und die Nutzung die Nutzung oder die Nutzung die Nutzung Soll ich jetzt noch ein bisschen wasser. Ich habe viele Teile. Ich habe viele Teile. Ich habe viele Teile. Okay. 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 Das war's für heute.